Ein DB hier auf den. Pass auf, wir haben zwei oder drei Dings draußen stehen. Ja, ja. Okay, geht ganz gut ab hier. Ja, alles ordentlich. Ich meine, wir haben auch eine Rolle. Ja, stimmt. Ich kann mir sogar vorstellen, dass der gelbe Hammer gleich herkommt. Ja, da müssen wir aufpassen. Die pushen wieder, pass auf. Alex ist auch wieder da. Ne, ich glaube nicht, da wurde Autor. Ah. Ich hatte Ulrichi. Ja. Ich auch. Die werden jetzt pushen. Linke Seite, drei, zwei, eins. Nice. Ganz schlechte Idee, keine ganz schlechte Idee. Fetzt mal hier dann random für uns. Ich glaube, Rob bleibt. Exposed, exposed. Ja. Nett, nett sein, weißt du. Störfuckbar. Hast du dich mal in so einem Video rausgebracht, das gesagt hat, dass Ulti-Dumpen nicht so einfach sei? Echt? Habe ich das? Ich? Ja. Was? Ich habe das ausgebracht, hey? Ja. Okay. Bei GVGs vielleicht, ja. Ne, ne, ne. Da warst du in einem Tower am Kämpfen. Äh, okay. Mit Papa Tico und so. Mit Papa Tico und so. Ah, das war der Fight Harley, als wir eine Stunde lang die Trial duoden von... Ja, aber das waren halt Smallscaler. Das waren halt... Ich habe keine Ahnung wo du redest. Äh, Entrance, Entrance wir haben. Ja. Drei. Nein, die kommen nicht, die kommen nicht. Ähm, egal, ich hab. Okay, nicht, 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 noch nicht, noch nicht. Lass die kommen noch. Müssen aber dann schnell machen. Drei. Zwei. Oh, die kamen alle delayed, die haben nur Nulls. Lass sie wieder zurück. Hinterm Tower. Wobei wir können, glaube ich, noch halten. Nee, lass sie nicht halten. Lass sie nicht halten. Jaja, das waren aber keine Zerklinge, Vince. Das war so eine Stunde halt. Aber ja. Ein bisschen Crash-Tag hier, ein bisschen Banta. Ah, 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 ah. Wissen was? Venter. Ich weiß auch nicht, was er meint. Oder so ein Schweizer Ding wahrscheinlich. Venter ist Englisch. Ja, so ein Käse oder was? Äh, was? Siehst du, mach ich das mit dir? Nee, ich mach vielleicht. Venter ist das englische Wort für freundlicher Trashtop. Ah. Lass hoch, lass hoch, lass hoch. Ich hab. Ich hab auch gleich ab, ich hab gleich ab. Ja. Ich hab jetzt. Auf den Werwolf links. Scheiß 4. Stirb. Nee, nee. Nicht Ahun. Ahunz, komm doch mal hoch hier. Ja, die sind gleich noch um 2 an. Die kommen jetzt gleich. Boah, boah. Scheiß auch. Lass Mage-Cup pushen einfach ohne Ulz. Oder wenn ihr wollt. Ich mach halt auch meine. Fast schon. Die rennen die immer alle weg. Nein, ohne Ulz. Ja, die rennen die ganze Zeit weg, der Mangst. Ich weiß gar Ulz. Ja. Hat der Typ da gerade 3 Leute geulted und gekilltet oder was? Ich glaub ja. Ich glaub die haben keinen Back bei den Roten. Da hast du die Flagge aus. Nee, war 0. Aber das ist eh Tat auch, man. Ich könnte runter springen zur Flagge. Äh, wie? Was? Der Templer hier, Leute. Okay, lass wieder rein. Oh, ja. Weil ich nicht so viel Schaden die ganze Zeit. Uff. Ich 4. Du hast eine Krone. Äh, du hast die Rolle. Natürlich gehen sie alle auf dich. Ich hab. Ja. Äh, natürlich nicht. Wer pisst euch, die kleinen Wölfe. Warte noch. Eingang. 3, 2, 1. Nice. Wollen wir flacken? Hm. Schwierig. Ja. Lass dich riskieren. Bärwolf. Einfach schön subben wir. Subben wir. Sub. Habe ich auch nicht. Habe ich auch nicht. Wenn wir Ulti-Sub pushen raus. Ja, ich hab. Ich auch. Ja, ja. Ich glaub nicht. Ich hab jetzt. Mhm. Zur Flagge in 3. 2, 1. Einfach auf die Guards. Und defensiv spielen. Pass auf. Schön. 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 Gute Aktion. Schön. Schön.